Hey Kleiner, bisschen jung für'n Barkeeper, oder? Bisschen alt für'n Abschlussball, oder? Von allem, was es hier gibt, warum die Karte? Das ist der größte Schatz, der nie gefunden wurde. Fünf Milliarden, locker. Aber das ist nur eine Geschichte. Das sehe ich anders. Vor 500 Jahren fand meine Familie den größten Schatz auf der ganzen Welt und wurde dann betrogen. Viele haben nach ihm gesucht, doch vergeblich. Ihr müsst die Schlüssel gleichzeitig im Uhrzeigersinn drehen. Vielen Dank, ihr hättet mich fast umgebracht. Im Uhrzeigersinn, Sully? Es war eine Fifty-Fifty-Chance, da hab ich geraten. Offensichtlich. Doch bei der Reise ging es nicht allein um Guld. Es ging um etwas viel Wertvolleres. Dieses Kreuz hat eine wirklich tragische Geschichte. So viel Blut. Ich bin ziemlich sicher, dass er mir gerade gedroht hat, mich zu töten. Das wird sowas von kein Spaß! Lass dich nicht erwischen. Du wolltest mich da einfach zurücklassen. Jemand musste ja das Kreuz holen. Sein Bruder glaubte, es gibt dein letztes Puzzlestück. Wie, du kennst meinen Bruder Sam? Du hast keine Ahnung, wer dein Partner ist. Was verschweibst du mir sonst noch? Dem Sieg reichen gehört die Beute. Wie wollen Sie die bitte hier rauskriegen? Hey! Wunder damit, Jungs! Was ist denn das Ding da in deinem Gesicht? Die Pubertät steht vor der Tür, Kleiner. Lass dir selbst anwachsen.